Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer übersteuerten Begrüßung, nein, zu Minecraft Fußball, ich drehe mich gerade mal ein bisschen leiser, so, und dabei habe ich den lieben Matcherside-Suchti, der bei Matcherside dabei ist, Maxi! Hallo! 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 Und wir spielen Fußball, weil wir Fußball spielen wollen, und weil wir es vorhin gespielt haben, ist es mega lustig, jetzt haben wir vergangen! Was, was, was sagst du? Ey, 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 ist mein Ball, ist mein Ball, mein Ball, mein Ball, hallo, meiner, hallo! Maxi? Jaaa, ich weiß, ich liebe mich auch, nein, ähm, und zwar jetzt ein kleines Thema, das ist ganz lustig, ich kann Maxi mal mitreden, weil er kann immer sagen, was er so davon hält, ähm, und, oh, lol, ähm, und zwar mal wieder meine Channel-Hackung da, das war mal wieder wahr, was ich recht lustig finde, ey, wir wollen, oh, geil, 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 ja, nein, oh, Maxi, ich will den Ball nur reinkriegen, lass mich dabei reinkriegen, als ob wir heute jeweils dieses Thema ansprechen können, äh, Alter, nein, 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 ey, ich will, hallo, ich will diesen Scheiß-Ball da reinkriegen, Alter, Alter, holst du mal, da, 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 ja, ey, 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 äh, Schwer-Land, ich will auch von mir ohne Wies voll großartig, Alter, jo, Alter, du, äh, äh, nein, doch? Easy, 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 ah, so, ähm, und zwar meine Channel-Hackung wollte ich mal ansprechen, ähm, ihr habt ja mitgekriegt, dass ich schon wieder einen neuen Kanal, von meinem Alter-Kanal mal wieder, gehackt wurde, und das ist mega lustig, weil, ähm, ich glaube, Leute, wie habe ich den da hingekriegt, ähm, dass der Hacker, der sich irgendwie, der, wahrscheinlich für den ist das ziemlich frustriert, dass ich innerhalb von einem Tag den kompletten Channel, so wie er vorher war, ähm, wieder hergestellt habe. Das stimmt. Ja, weil das Einzige, was jetzt ein Unterschied ist, ich habe jetzt die, klar, keine Kommentare und die, äh, Bewertung nicht mehr, ähm, und halt Abonnenten sind da weniger geworden, aber ansonsten ist ja alles das Gleiche, weil ich hab mir da eines Tages diese 18 Videos wieder hochgeladen, und, ähm, keine Ahnung, ja, von 7 Stunden, 8, 9 Stunden, keine Ahnung, hab ich die 18 Videos hochgeladen, und, ähm, ja, dann hab ich mir gedacht, komm, mach ich mir neben allen noch die Beschreibung, und wir kriegen auf jeden Fall den Dixi auf die Reihe momentan, und, und, und dann die Gesamtnetze hab ich reingemacht, weil ich hab das alles noch in meinem PC, auch meine ganz, ganz alten Videos, hab ich alle, noch drauf. Jo, was war das denn? Ich hab keine Ahnung, und, äh, ja, jedenfalls hab ich das jetzt alles gemacht, und mennt ruler wiederhergestellt, und ich find das jetzt wahrscheinlich für ihn ziemlich, für denjenigen ziemlich frustrierend. Hoffe ich jedenfalls, weil... Ja, komm. Junge, nein, 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 nein! Los, renn noch schneller! Nein! Warum bin ich so langsam? Weil du nab bist! Weil du Maxi bist! Wir alle mit PvP im Nahhaus und langsam! Nein! Nein! Okay, jetzt gibt's Rache, Alter! Na komm her! Na komm her! Jetzt kannst du ja immer dazu sagen, was du davon hältst! Ja, keine Ahnung! Ich find's ja an sich schon mal richtig schlecht einfach, dass man Channel hacken muss, um sich dann irgendwie besser vorzukommen! Keine Ahnung! Auch wenn man jetzt gegen die Person was hat, Channel hacken, bringt doch gar nichts eigentlich! Ja! Also ich find's auf jeden Fall so ne richtige Scheißaktion von demjenigen! Vor allem, ich glaube, die einfachste Es bringt ihm nichts! Ja eben! Ich glaube, was er damit bezwecken will, ist einfach mich von YouTube wegzukriegen und das wird er nicht schaffen! Du bleibst! Dann möchte ich auch einfach kurz mal sagen, oh lol, wo? Oh nein! Hallo! Was soll denn das? Hm! Ähm! 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 Ich habe von diesen Kommentaren geschrieben vor wegen, Ich find das so cool, dass du dich nicht unterkriegen lässt! Und ähm! Und alles! Und ähm! Scheiße. Und dann habt ihr alles so geschrieben. Ich fand, ich musste da ziemlich grinsen und fand das so toll, weil ihr so, oh, ich fand das auch krassig unterkriegen. Ja, keine Ahnung, ich fand das irgendwie sweet. So. Und, äh, ja, ihr habt da recht, ich lass mich nicht unterkriegen. Ist mir scheißegal, ob der mein Channel hackt, weil die Abonnenten anzeigen ist mir sowieso egal. Ähm, dadurch irgendwie Kontakte, die ich dadurch hab, die geknüpft hab durch YouTube sowieso, die sind noch da. Die wichtigen Kontakte. Ich, ich bin da, ich bin da, hallo. Ah, Max ist da, dann habt ihr natürlich durch YouTube kennengelernt. Nicht irgendwie damals, weil, äh, nee, 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 nicht anders. So, ähm, und die Kontakte, wie gesagt, die sind noch da. Und dementsprechend, hallo, mein Ball. Nee. Doch. Faul jetzt, faul. Nee. Hallo, meiner. Weil mir ist das einfach so dumm geschlagen, einfach so kümmern. Wo ist das, wo ist das Ball? Ähm, ja, und also die Kontakte sind immer noch da und, ähm, dementsprechend werde ich natürlich, wenn mir das egal wäre, wenn ich, äh, komplett auf YouTube weg wäre, weil die Kontakte bleiben. Und die, die, die... Dribbeln. Dribbeln. Nein! Und den wichtigsten Kontakt, den ich so gesehen geknüpft habe, der ist sowieso noch weiterhin da und der, der wird auch hoffentlich nicht weggehen. Juno. Ahem. Aha. Starker. So. Nein! 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 Oh! So, ähm, ja, it's okay. Ähm, und dementsprechend, äh, kann ich mich einfach nicht beschweren und... Hallo. Ja und, und, und. Ja, also wie gesagt, ich mach weiter und vor allem ist alles so geplant und was ich schon mal sagen kann, dass der Kanal noch mal gehackt wird, wird wahrscheinlich nicht vorkommen, ähm, weil, wo ist der Ball? Immer noch da. Aber er hat Schaden bekommen und ist einfach nicht weggeflogen. Der hat nur noch gehackt. Kannst du dir nicht schlagen? Ich dachte schon. Ja! Was? Meiner, 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 meiner Meiner, meiner Ne, 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 ne Ne, ne, ne Ja, hallo Was soll das? Easy, easy Easy Izil Oh, ich kann mich nicht drehen Nein, hallo, es ist meiner, hab ich gesagt Hallo, Bugsy Ne, easy, nein Ja, wie gesagt, was mit Kontakten Das ist halt so Das ist halt so eine Sache Die Schlagen halt zu dir, ist okay Das ist halt so eine Sache Und, ähm, keine Ahnung Ich, ja, also Mich von YouTuber kriegen, wird man schlecht hinkriegen Alter, ja, so Und, äh, ja, wie gesagt, ähm, was man immer sagen könnte Dass der Kanal nochmal gehackt wird, wird wahrscheinlich Nicht so leicht passieren, denn Ähm, da hat mir der liebe Kille Liebe Grüße an dich, falls du die Videos siehst, Kille Ähm, der hat mir da so eine ziemlich coole Methode gezeigt Äh, was ich da machen kann Und dementsprechend hatte ich meinen Channel jetzt so gesichert Dass man eigentlich nahezu nicht möglich ist Den irgendwie zu hacken Und selbst wenn er das Puffer hat, kann er trotzdem mit dem Channel nichts anfangen Ähm, weil er trotzdem dann nicht reinkommt Ja, er hat das Puffer und kommt trotzdem nicht rein Das macht Sinn Wenn man nicht weiß, wie es ist Foul, faul, du kriegst Schaden Ja, und, äh, dementsprechend Würde ich einfach sagen, dass ihr jetzt Mich doch nicht nochmal so schnell loswerdet Außer der, äh, außer der, keine Ahnung Ihr macht das irgendwie anders Nein Ich wüsste zwar nicht, wie er es dann machen müsste Aber es gäbe, äh, es gäbe eigentlich keine Möglichkeit für Hm Eigentlich nicht Nein Ich hab dir ja gesagt, wie, ne? Also, was ich gemacht habe Ja, ich weiß schon wie Okay Der eine oder andere wird das eventuell sogar aufhissen Dadurch, dass, Alter, hallo Nee, nee, nee Ich dribbel, dribbel, dribbeln, dribbeln Und Nein! Ich leg dir den einfach so gut vor, ne? Und du verkackst den immer noch Lass mich doch Nee, hallo, gehst du mal Oh, ja, 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 ja Ja! Nein! Okay Und, ähm, ich denke mal Eine Runde wird bei uns lang genug Und was prinzipiell Sonst habe ich irgendwie nicht Wirklich was noch anzusprechen Ähm, was kann ich noch sagen? Ähm, ich kann nur sagen Das Match ist halt Kann ich mir dafür entschuldigen Dass die letzten beiden Parts Drei und vier Äh, die waren irgendwie asynchron Ich kann mir nicht erklären, warum Die waren in, äh In Beim Schneiden im Premiere Waren es noch alle synchron Also kann ich mir wirklich nicht erklären Warum die asynchron wurden Aber, also wie gesagt Ähm, heute werde ich mit Maxi Die nächsten Parts aufnehmen Jetzt kann ich schon mal Voraussagen Nein, nein, hallo Nein, oh Und, also heute werde ich Den nächsten Parts mit ihm aufnehmen Und, ähm Ja, dementsprechend werde ich, ähm Werde ich dann einfach Werde, wenn wir dann Lol 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 Ja, okay So ist gut, so ist gut, so ist gut Braves Hühnchen Lol Okay, warte, mach Fußball Warte, warte Tor war, Tor war, Tor Okay, warte Warte, ich bringe in beiden Positionen Elfen wieder schießen Warte, warte, warte So, warte, nein Hühnchen schon schießt richtig gut Okay, bist bereit Manuel Neuer Easy, Manuel Neuer, easy Was bin ich für ein Fußballspieler? Ich habe keine Ahnung, wie die heißen Ach Mensch, und wir spielen Fußball Und du hast keine Ahnung Ich hatte Fußball Stäm dich Ja, und dann spielst du es, ne? Ja, ich hatte wirklich Fußball Frag, wirklich Ich habe nur zwei Spiele von der WM gesehen Weil ich bei ihr war währenddessen Ne, ein Spiel habe ich gesehen Keine Ahnung, okay Okay, mal sehen, ob du es schaffst Mal sehen, ob du es schaffst Andribbeln Oh, scheiße Andribbeln Gut Ich gucke nur durch den Nein Währenddessen habe ich nämlich noch WhatsApp durchgeguckt Ja Was hast du? WhatsApp-Nachrichten durchgeschaut Ja Ja, eigentlich Ja, eigentlich Ja, okay Hast du noch sonst irgendwas ansprechen können? Maxi Äh, nein Ne? Ne Nein, nein Geh weg Das Kombi-Netzwerk ist lagd Ja Ja, ich habe gewonnen Ja, wie kommt es jetzt raus? Das Kombi-Netzwerk ist lagd Keine Ahnung Ist mir gerade das Einzige, was eingefallen ist Okay Okay, dann War ich gerade nämlich Ich wurde gekickt Ja, weil das Spiel vielleicht vorbei ist? Ja, aber nicht gekickt Ich wurde vom ganzen Server gekickt Achso Easy Okay, dann Danke Maxi Und ich, dass du dabei warst Maxi ist hier in der Beschreibung verlinkt Äh, wie gesagt Tut mir leid Also jetzt nur kurz angesprochen Hier, ich habe es mir in den Channel Ich habe mir nur noch angesprochen Also wenn du, lieber Hacker, das siehst Irgendwie scheiße gelaufen Für dich, ne? Du hast einen Kanal gehackt Und ein Tag später ist er so hergestellt Wie er vorher war Hm Komisch Easy würde ich mal sagen Richtig Und wenn du das Ganze nochmal machst Dann wiederhole ich so Wie ich es jetzt auch getan habe Also sagen wir es so Wenn du über Kanal hackst Juck mich nicht Und ähm Gut, dann Wie gesagt Maxi ist hier in der Beschreibung verlinkt Äh Match und Zeit Das ist also ein gutes Tut mir leid Aber das wird dann ab nächstem Part Hoffentlich nicht besser sein Ist so Alles klar Da will ich euch sagen Vielen Dank für's Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Haut da rein Und ciao Bye